Ich bin seit fünf Jahren bei Hirsch Maschinenbau. Davon habe ich dreieinhalb Jahre gelernt. Danach bin ich in die Inbetriebnahme gewechselt und ja, jetzt bin ich da. Da kommt es halt viel rum, also international, überall wo Maschinen eben verkauft werden. Schulst die Kunden darauf ein und eben, ich lerne Englisch, das ist super. Das taugt mir, sehr freundsprach lernen. Wir verkaufen Investitionsgüter im sechsstelligen Bereich. Das bringt mit sich, dass man es auch mit sehr interessanten Menschen zu tun hat. Also man braucht ein selbstbewusstes Auftreten und man muss sich trauen, mit diesen Menschen zu kommunizieren. Für mich ist diese Internationalität. Ich liebe andere Leute, Kultur, Mentalitäten. Es sind meine Sprachen, die ich da sprechen kann. Das ist es. In der Lehre war es so, dass ich alle Bereiche von Maschinenbauern mit durchgemacht habe und letztendlich hat mir der Formenbau am besten gefallen. Ich habe jetzt die Vorarbeiterrolle übernommen. Ich schaue ein bisschen auf die Lehrbümer. Und die Möglichkeiten sind eigentlich unbegrenzt. Angefangen von guter CNC-Maschinen bis zu guter Elektriker. Mittlerweile bilden wir Mechatroniker auch aus. Meistens ist es ja so, wenn man technischer Projektleiter ist oder Konstrukteur sitzt man eigentlich acht Stunden am Computer, dort zeichnen, dort entwickeln, dort planen. Und das Schöne da bei uns ist eigentlich, dass wir die Fertigung im Haus haben und dass man das Produkt eigentlich bis zum Ende mitbegleitet. Es gibt viele Leute hier, die sehr viel Erfahrung haben und dieses Wissen natürlich auch sehr, sehr gerne an junge, neue Mitarbeiter weitergeben, weil die einfach merken, die interessieren sich viel daraus, die wollen da weiterkommen in den Job und das wird bei uns absolut gefährdet. Ich bin ein Quereinsteiger, ich habe da vorher Friseurin gelernt und ich muss sagen, mir ist das jetzt schon Lira. Ich habe den Stapler-Schein gemacht, ich habe super nette Arbeitskollegen, die sonst bereit sind und wenn einmal wirklich hart auf hart kommt, wir stehen alle zusammen und man hilft sich gegenseitig. Es gibt heute so viele Firmen, da bist du nur mehr eine Nummer oder was, dann bist du ein paar Tage, ein paar Monate. Für längerfristig ist sicher die Firma hier eine top Adresse, sage ich einmal dazu. Die Dienstzeiten sind eigentlich sehr gut und halb 8 bis 17 Uhr ist Freitag bis halb 12 Uhr und dann gehe ich nach Hause, habe ich sehr viel Zeit für Hobbys, Freizeit, Familie, das ist sehr gut und ich bin viel auf der freien Luft, das ist auch wichtig. Es werden Gesundheitschecks, werden Angebote von der Firma Hirsch, Raucherentwöhnungen. Wir haben täglichen frischen Obstdeller für die Mitarbeiter, wir haben seit neuestem auch einen Eltern-Kind-Arbeitsplatz, wo man im Ausnahmefall sogar die Kinder mitnehmen kann, wenn die Kinderbetreuung ausfällt. Es gibt einen Skitag, es gibt einen Firmeninternen-Kirchtag, also auch das wird wohl auch geschaut, dass sich Freundschaften bilden und sowas, das gibt es sicher nicht in jeder Firma. Ich mache den Job irrsinnig gerne, mittlerweile 19 Jahre und ich möchte wirklich nichts ändern dran. Das gesamte Paket passt gut und die Firma ist nie stehen geblieben, wir als Arbeiter sind nie stehen geblieben. Ich bin schon 20 Jahre da und sonst bin ich nicht so lange da und es ist eigentlich schon eine innovative und sehr gute Firma. Man ist in Kärnten und eigentlich auf der ganzen Welt unterwegs. Ich muss sagen, es passt super und ich hätte mir das besser eigentlich gar nicht vorstellen können. Die Firma steht hinter mir, ich stehe hinter der Firma und mehr braucht man nicht gerne. Mehr kann ich nicht dazu sagen.